Willkommen zurück zur Alpha-Person von Evolver. Spür'n hier mal wieder die Sniper oder? Aber ich hab mir schon dran gewöhnt. Nur ist kaum springen. Wird's geil zur Sache, ne? Und jetzt müssen wir hier den Affe suchen, den wir dann mal hier schön kalt stellen. Übrigens läuft die Beta nur noch bis morgen und dann ist vorbei. Schade eigentlich. So eine Woche wär auch okay gewesen, aber zwei Tage. Schon echt mag. Oh, jetzt hab ich schon fleißig am rumwadern, ne? Wenn wir uns mal hier mit einmischen, ne? Ja. 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 hat nachgeschüttet an kong 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 wo ist er Ah, gibt's doch nicht, ey So eine Scheiße Ah, die Pfeil war für ein Arsch, ja Weiter, weiter, ja Kann doch nicht sein, ja Ey, das gibt's nicht hier Das kommt hier nicht raus, ey, fuck you Naja, was war für ein Arsch, leg mich doch am Arsch, ey Warte mal, ich bin nach der Runde, ja So ein Scheiß, Pisse, ey Naja, komm, weiter hier Müssen wir noch warten, hier 20 Sekunden, ey, uah, kotz ab, ey Grundlänge, 4 Minuten 30, wow Hat sich schon mal richtig gelohnt, ey Pfff Das ich erwarte hier immer, ey, das ist Nervig Kürzen wir mal hier Weiter geht's hier, in der nächsten Runde Komm, mach hin, ne, hier Heute noch mal anfangen Bei so'n schönen Abend jetzt hier, ja, fast 23 Uhr Aber, scheißegal, wir zocken uns hier die Birne weich Oh, es kommt Spundu Russa So, haben wir hier wieder ne schöne geile Waffe Und jetzt wär man den Scheiß, den killen, ey, schweig euch Am Anfang fand ich das Spiel zwar nicht so dolle, weil, ähm, er schläft, left for the dress, ja Und ja, nach zwei Patches hier Läuftet das eigenermaßen Wunderbar Oh, wo ist denn Ah, da oben ist er Na, nach dem ersten Patch lief der wunderbar Dann haben wir noch heute noch einen zweiten Durch die Schuhe Per Steam Und jetzt läuft der wunderbar So, warten wir mal Ja, jetzt so So Wo ist er hin, hier rein Oh, was ist denn hier, wo ist er Sein halber, urweiltier Oh, was ist er Oh, was ist er Oh, was ist er Ah, sag mal, wo ist denn der Da ist ganz in der Nähe Da ist ganz in der Nähe So viel wie möglich So viel wie möglich ist er bekommen Weil die Beta leider auch schon zu Ende ist Leider Also schwer kommt in dieser nicht mehr raus, eigentlich schade Sondern auch erst 2015 Wann weiß ich jetzt nicht Aber Da könnte er selber mal schauen Wo ist er Ah, bringt das und hier habe klopft die gesuche hat ist das ja da mal das mal geht suchen wir mal weiter hier da ist er Der rinnt ja eine ganze Zeit durch wie irgend, oder? Oh, komm, Alter, das hat ja keinen Sinn. Ich durfte hier doch nicht hier fünf Stunden hinterher. Toller Lose. Ah, statt zu kämpfen, Alter, rennt da hier rum, ey. Ist das clever, oder? Oh, Gott, ey. Ja, war ja klar, ey. Der macht ein schönes Geld flott, ey. Der muss platt machen, ey. Komm mir noch diese kleinen Scheißer, ey. Oh. Oh. Hm. 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 Die fahrrägten ja einer. Die fahrrägten ja einer. Die fahrrägten ja einer. Ich könnte mehr die Fahrrägten natürlich nicht also überraschern. Die fahrrägten ja einer, die fahrrägten ja einer. Die fahrrägten ja einer. Die fahrrägten ja einer. Die fahrrägten ja einer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020